Ihr merkt ja, es liegt jetzt nicht gut, denn wir konnten eben, wenn wir hier im Haus warten, ist ein Baum schon drüber, oder? So leicht. Das ist wahrscheinlich wirklich geil. So, aber jetzt, wenn wir zurück sind, Alter, hör auf, so ein Räuberscheiße zu spielen. Das geht nicht. Das geht ja nicht nur, dass die KI uns ordet und hört. Das ist ja auch Schalldämpfer, was halt nicht zu ordnen bräuchte, oder schlecht zu ordnen durch Spiele, wenn du hier, dann macht das keinen Sinn. Ist ja gut, ich mache intro. Naja, was willst du denn immer sparen, Alter, sparen, sparen. Nee, darum geht es nicht, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Naja, Koks und ich haben Schalldämpfer drauf und du, das macht keinen Sinn, weißt du, dann können wir uns versparen. Du bist gerade ein bisschen zu sehr Ost drauf. Eigentlich war einer drauf, weil ich habe schon abgebaut, weil sie nicht, wo ich die gefunden hatte. Ich habe einen frühen Schallig gehoben, aber... Ja, klar. Das kostet vor allem nicht die Welt. Nee, darum geht es nicht, ich habe da jetzt echt nicht drauf geguckt, weil vorher war mal einer drauf, wo ich die gelootet habe. Aber das habe ich wahrscheinlich nicht abgebaut, irgendwie, wo ich mich reingehauen. Das ist kein Push-Ase. Okay. Worm ist so, ich muss. Push mal vor, damit ich deine... äh... Okay. Okay. So, ich habe alles. Danke. So, nochmal, war das hier? Nee, das ist das nicht. Oh, nett. Wo war das los? Was? Hört doch öfter. Oh, nee. Oh, das geht nur... das geht nur für automatisch. Ich kann gar nichts machen. Ich sehe es, mach es gut. Weiter vorne läuft es in eine KI rein, alter. Reconnect. Okay. Okay. Ich kann ja gar nichts machen. Ich ging alleine. Nein. Jetzt bin ich im Hauptmenü, okay. Das wollen wir ja nicht. Hm. 30 Grad. Warte. Naja, du müsstest dein Zeug wieder haben. Jaja, das war noch drin. War alles klar. Jetzt muss irgendwo ein gefesselter Knilch auf dem Stuhl sitzen. Hm. Hm. Pff, das ist nichts. Das ist doch Schwachsinn. Es macht keinen Sinn, aber das Futter macht keinen Sinn. Ja. Ja. Keine Ahnung. Das sind Koordinaten 168. Koordinaten 168. Mal 165. Das wäre ja hier hinten. Vielleicht stimmen ja die Koordinaten in seinem Foto nicht. Es ist... Es ist... Mach... Gehen wir mal zu den Koordinaten. Nochmal 400 Meter. Boah. Ja. Wenn wir hier raus sind, können wir durch den Wald laufen mit Stück. Da unten ist die Hütte, wo wir aufs Maul gekriegt haben. Hm. Ja, da erinnere ich mich. Hm. Das erste Mal kommen wir. Hm. Bißteман Autohausation. Dann r Quantas stability Martin. Oh nein! Du bist denn. Du bist hier. Du bist Gegen Normal-Zink powder. Du bist. Dann r letsens grozinski. Neisen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das haben die auch noch im Wasser hingebaut. Oh, ist gut zu sehen. Ja. Komm. Das riecht unten an der Faser. Das ist lecker, Alter. Ey, nicht auf mich schießen, ich bin unten an der Straße. Wirst du das? Nee, das ist nicht er. Das ist nicht er. Ja, eben. Das ist nicht er, eben. Okay, ich bin ja auch nackig, also ich habe bloß eine Mose. Das hat schneller gegossen. Das musst du doch sagen, Mensch. Ja. Ich dachte, ich habe Kugeln an mir vorbeifliegen hören. Lebt der noch? Ja, der lebt noch. Oh, der hält was. Der Mann weiß, was gut ist. Oh, der ist noch einer. Wo hat der irgendeinen Unfall geschossen? Au. Ich kam gerade ein Projektil an mir vorbei. Jetzt ist er weg. Ja gut. War uns weh. Die Fahrschlösser. Man hört es immer. Boah, boah. Und dann pss, 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 pss. Bitte. Boah, ich hatte das. Toll. Aber auch in Scope. Also, Matze, wenn die hier jetzt schon Probleme machen, ja, dann will ich gar nicht wissen, wie es dann bei der feindlichen Spielerbasis ist. Ja, ja. Das ist doch keine Übel. Aber da muss es doch irgendwo in der Nähe einen Punkt geben, wo man dann mit dem Heli rein kann. Nee, muss hinlaufen. Das wäre ja sonst zu einfach. Das ist ja nur... Das ist ja das, was die Leute noch abschreckt, vielleicht den langen Laufweg, dass sie das nicht noch permanent machen. Das ist richtig. Ich würde das auch abschrecken, ja. Du fliegst schon fünf Minuten hier mit dem Heli. Mhm. So, wo bin ich denn jetzt vor rechts, sag mal? Komm, wir helfen den mal suchen. Achso, ich bin ja noch ein paar Meter von euch entfernt. Mhm. Kann mal einer meine Waffe in den Rucksack packen? Nicht, dass sie mich hier abknallen, dass die Waffe wegfällt. Achso, läuft da einer aus? Ja, das bin ich. Ah, okay. Ach, hier hat er einfach so einen Mathe. Der ganze hierher kommt, ganz die Leiche looten. Hier liege ich? Ja, bei mir. Wo denn? Nee, dann ist er bei mir. Achso. Deswegen, das war nämlich auch hier hinterm Zaun irgendwo. Da ist er. Der war auch genau hier über dem Zaun. Da liegt doch der Samenulf. 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 Nina. Nee, da kannst du nicht rüber springen. Nee, das ist dumm, oder? Wo ist der Blei-Spender? Ach, der Elende. Der E-Diodenleiche hier. Mal gucken, was der mit Wasser eigentlich getötet hat. AK-74M. Oh, PP hat er drin gehabt. Alter. Nee, nicht da. Du kannst nur dir. Achso, oh, die Mauer. Ja, aber diese Scheiß-Täune nicht, kommen wir schon weiter. Leih. Ja? Komm dann mal mit, hier. Wirf deine Scheiß-Folger-Pistole weg. Ich hab dir eine Schallgedämpfte mitgebracht. Geil. Der hat PP-Muni gehabt, ne? Nur mal so. PP, ne? Echt? Mhm. Ich weiß, warum du dich nicht tot warst. Ich komm wieder zurück an deine Leiche, Masse. Nee, ich bin ja schon hier auf dem Grundstück, wenn du an dir vorbeigeladen hast. Ja, ich hab da einen, aber es war Dings gewünscht. Ich bin hier in der Futterbude. Das ist genauso schön wie Igollnik, oder? Du machst dir nichts, wenn du dich anschließt. Wer ist gerade am Fensterbord war hier laufen. Ach ja, ich, ich, ich. Das ist alles safe, Matze, ne? Mhm. Das kann ich nichts sagen. So, ja. Wie denn ab? Das ist keine Räuberwaffe, ne? Baut ein Scope ab von mir aus und schmeißt den Mist weg, den anderen. Ja, das ist auch bloß ein Scope. Machen brauchen. Ja, und von mir ist keine Räuberwaffe, ne? Hey, warum soll ich dir das Scope mitbringen? Du hast doch jetzt... Nee, ich meine nur ein Schalli. Na klar. Ja, ich weiß. Ach, nimm die Scheiße, Mann. Ich hab tausend von dem Zeugs im Stash. So, nimm doch die andere Waffe mit. Was, was? Ich hab doch den NAK. Die Brüche braucht nicht mehr. Da ist nichts mehr drin. Ach so, das war schon alles ab. Ach so, das war schon alles ab. Den Mount hast du nicht abgemacht. Das ist schon mal gelogen. Den macht doch nicht. Mit dem Verkaufen, aber... Doch, das hab ich doch komplett. Ach, jetzt hörst du auch mit dieser Räuberscheiße. Hier steht in der Flasche trinken. Mensch, du bist doch ein Ossi und kein Wessi. Wird alles mitgenommen. Komplette Korolev, das reicht. Da bin ich erschrocken, Alter. Da wird das verkauft, was da ist, Junge. Ist doch gerade was aufgeblitzt. Aufgeblitzt? Ja, irgendwie bin ich ja an dem Tisch herbeigekrochen und hab auch irgendwas, als hätte ich irgendwas nehmen können. Na komm, dann machen wir uns wieder vom Acker. Ach so, das Ding ist ja glaube ich auch steil runter. Wegpunkt. Aber wenn du so eine feindliche Spielerbasis angreifst, kriegen die Spieler dann nicht eine Benachrichtigung oder sowas? Glaube ich nicht.